guten tag uckert herr uckert und herr florenz aus dem haus st ursula wer hat man das noch so nennen darf und kann ja in frage gestellt aber ja kann man hier etwas erkennen oder selbst dort ist normale bilder wo ich zur kick geschickt habe aber die e mail nicht ankam aber ja und hier im tablet funktioniert auch nichts ich habe gerade ein video gemacht für den ucker 11 für den doktor riedl und den dr merken wo ich den puls durchgehe und dann ist das video abgebrochen und dann schreibe ich mir das an da war das schon ein paar minuten vorher beendet da war ich erst bei der dritten beim dritten ergebnis aber ja diese aufnahme kommt ja beim florenz an und beim herrn uckert wie ich dies auch bei bildschirmaufnahme auch abgeschickt vielen dank für die ihre nachricht oder vielen dank